Was ein Krebsmensch erreichen möchte, das ist natürlich jene Stellung im Leben, jene Situation im Familienkreis, die er liebt, als angenehm und beruhigend empfindet. Dazu gehört vor allem das Verwurzeltsein im Kreise nahestehender, verständnisvoller Menschen, die Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit. Es gehört die befriedigende Partnerbeziehung dazu, das Gefühl geliebt, anerkannt, geschätzt zu sein und ernst genommen zu werden. Gerade der für seelische Störungen anfällige und von Stimmungsschwankungen häufig heimgesuchte Krebsmensch braucht die Bejahung durch andere. Er muss sich bestätigt finden, wenn ihn Zweifel befallen und seine vielfachen Kümmernisse ihn quälen. Mögen sie auch nur eingebildet sein. Diesem Wunsch nach Bestätigung im Privaten steht im Beruf durchaus Ähnliches gegenüber. Der Krebs möchte auch in seiner Arbeit erfolgreich sein. Beachtung und Anerkennung finden. Ehrgeiz ist in diesen Zeichen durchaus vorhanden. Von Sonderfällen abgesehen, haben Krebsgeborene durchaus die Möglichkeit, im Beruf zu erreichen, was sie erreichen möchten. Bei nicht wenigen Geborenen dieses Zeichen ist eine beachtliche manuelle Geschicklichkeit festzustellen. Ergänzt wird diese häufig durch feines ästhetisches Empfinden, künstlerische Neigung, Formen und Farbensinn. Bei anderen wieder überwiegt der Hang zum Forschen, verbunden mit Geduld, Genauigkeit und fantasievollen Kombinationsvermögen. Ganz allgemein gesprochen gibt es kaum einen Krebstyp, der nicht in irgendeiner Weise talentiert ist und Chancen hat, bei richtig gewählten Laufbahnen diese erfolgreich zu durchstreiten. Freilich, Krebsgeborene sind schwierige Menschen und so kann es geschehen, dass sie nicht erreichen, was ihnen vorschwebt. Zum Beispiel deshalb, weil sie Widersprüchliches und Unvereinbares wünschen. Jene Krebsmenschen, die man in einem öffentlichen Wirkungsbereich antritt, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass doch recht viele Vertreter dieses Zeichens ein Wirken in der Stille vorziehen. In ihrem Kreis finden sie dann die Krebse mit unerfüllbaren Wünschen. Sie möchten nämlich einerseits ebenfalls beachtet werden, schieben dem andererseits aber selbst einen Riegel vor und sie begreifen nicht, dass sie Unvereinbares fordern, wenn sie gleichzeitig in Ruhe gelassen werden und bewunderte Anerkennung erregen möchten. Bei der Zusammenarbeit mit Krebsgeborenen ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten. Sind diese Menschen doch recht empfindlich, nehmen Kritik übel, vertragen oft nicht einmal unpersönlich gemeinte, laute und heftige Worte, wie sie an allgemein hektischen Tagen immer wieder fallen und oft wirklich nicht bös gemein sind. Damit ein Krebsmensch sein Ziel erreicht, müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein. Der Erfolg im Beruf hängt gerade in diesen Zeichen nicht allein vom Können ab. Ungünstig wirken sich zum Beispiel die folgenden Faktoren auf eine Krebskarriere aus. Eine Zwangslage, die den Krebstyp nötigt, einen ungeliebten Beruf auszuüben. Ein seinen Erwartungen nicht entsprechendes Klima am Arbeitsplatz. Egal, ob es tatsächlich schlecht ist oder auch nur von ihm subjektiv als schlecht empfunden wird. Der dauernde Kontakt mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten, denen entweder das Verhältnis für die Krebs-Eigenschaften fehlt oder die bewusst einen nachteiligen Einfluss auf ihn ausüben. Eine bedrückende private Situation, Familienprobleme oder Liebeskummer. Diese Abhängigkeit von diversen Umständen kann zum Stagnieren einer Krebskarriere oder sogar zu deren Scheitern führen. Sie ist nicht zuletzt deshalb so groß, weil im Krebszeichen oft die nötige Willenskraft fehlt, mit deren Hilfe sich Widrigkeiten besiegen ließen. Auch mit Zähigkeit und Ausdauer ist es im Zeichen Krebs ungleichmäßig bestellt. Jene Krebsmenschen, die zäh und ausdauernd sind, bedienen sich dieser Veranlagung nicht zielbewusst. Oft kommt die Ausdauer nur auf Nebengleisen zur vollen Geltung, wo sie nicht entscheidend nützt. C hält der Krebs gerne an Fehlern fest. Bisweilen wird er auch um die Früchte seiner Arbeit geprellt. Es ist keinixwegs eine Seltenheit, dass ihm der Erfolg jahrelangen Mühens und Forschens im letzten Augenblick von einem geschickten und rücksichtslosen Konkurrenten streitig gemacht wird, der dann den Erfolg für sich selbst beansprucht. Krebsgeborene verstehen sich schlecht zu wehren. Sie kennen zwar das gelegentliche Aufmucken, sie haben kurzdauernde Perioden, in denen sie sich kämpferisch gebären und laut verkünden, sie würden es nun endlich den Leuten zeigen. Doch gehen diese Phasen meist rasch zu Ende. Bevor es soweit kommt, dass sich der Krebs richtig durchgeboxt hätte, ist seine Kraft schon wieder erloschen. Das Aufbegehren erschlafft. Depression und Resignation löst es ab. Der Krebs ist wieder beim furchtlosen Grollen angelangt und hat einen Grund mehr gefunden, um sich zu bemitleiden und festzustellen, dass ihn niemand versteht und alle gegen ihn verschworen sind. Für die Krebsmenschen sind die Bande der Familie heilig und sie brauchen den harmonischen häuslichen Lebenskreis, damit ihre große Sensibilität sich ausleben kann. Sie brauchen Zärtlichkeit und Schutz, um sich nicht verlassen zu fühlen. Krebsgeborene sind Menschen voller Widersprüche, weich und eigensinnig, schwach und beharrlich, anschmiegsam und tyrannisch. Vor allem aber sind sie starken Stimmungsschwankungen unterworfen. Das Wasserzeichen Krebs wird vom Mond regiert. Die Krebsmenschen können den Mondeinfluss nicht verleugnen. Typisch für die meisten Krebsgeborenen ist, dass ihre Selbstfindung relativ spät erfolgt. Bis so ein Krebs die nötige Lebensreife und den Mut erlangt hat, so zu sein, wie er eben ist, wird er nicht selten wie ein Blatt im Wind bald hierhin, bald dorthin geweht. Hat nur unklare Zielvorstellungen oder aber er verharrt überhaupt in Passivität. Zeigt also ein Verhalten, wie man es sonst bei Menschen in der Regel nicht findet. Die Beeinflussbarkeit dieser Menschen, ihr starkes Verlangen nach Nestgeborgenheit und eine gewisse Unsicherheit, die Gewohnten und Vertrauten auch dann noch den Vorzug gibt, wenn es nicht als sonderlich positiv empfunden wird. All das hält junge Krebse oft lange im Elternhaus fest. Die überaus lebhafte Fantasie der Krebsgeborenen, ihre Empfindsamkeit und ihre Eigenwilligkeit sind Faktoren, die besonders, wenn sie gehäuft auftreten und stark ausgeprägt sind, aus dem Krebs ein Wesen machen, dem viele Menschen verständnislos und kopfschüttelnd gegenüberstehen. Ein Krebs läuft nicht gerne mit der Herde, denn er ist anders als die anderen, wenn auch nur in Details. Aber diese Details sind oft ausschlaggebend. Die Vorstellung, die ein Krebsgeborener von Partnerschaft, wie sie sein soll, hat, von einer Arbeit, die ihn befriedigen könnte, vom lebenswerten Leben ganz allgemein, diese Vorstellungen weichen vom Durchschnitt stark ab, sind besonders persönlichkeitsgefärbt. Es fällt deshalb gerade den Krebsmenschen nicht leicht, Lebenspartner zu finden, mit denen sie in ihren Wünschen und Vorstellungen wenigstens in der Hälfte der Fragen übereinstimmen.